Wollah, ich mach ja eigentlich keine Aufnahme. Zwei Kills, Wollah. Eins oder zwei? Zwei. Zwei. Ich mein Ash Blacker ist mal wieder Black machen. Wollah, ich... Geist und wen interessiert's. Haaaah. Über 20 verschiedene. Hehehe. Hehehe. Ja, und hast du dafür die geilen Waffen? So lange mich niemand stoppt, das ist gut. Äh, ich bin Ash, ich pushe immer von hinten. Ich nehme sie immer nahe verkehrt. Hehehe. Das weiß ich nicht. Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren. Hau mich dann nicht ganz schön gut stoppen. Hau mich zum Momen. Boris, wenn du bei mir sponst, dann bring ich dich um. Rocklip. Ich versprich's. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Jaaaah. Äh, Boris, du hast ja Sprengmanten dabei. Du kennst doch oben den Spot da, wo du wegspringen musst. Jaaa. Spreng da mal weg, dann kannst du die auf den Containern wegkommen machen. Ich hab ein bisschen Munition. Die Pisskinder. Hallo, Paul. 10 Sekunden. Hallo, kannst du mal mit mir mitgehen? Wenn nicht. Einsatz in 5 Sekunden. Wie hat hier Krebs? Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und die sind sicher. Pass auf wegen Kev, ne. Ich hab ihm am meisten Angst. Leute, wie kann Bennett auf dem ersten Platz sein bei den Gegnern? Digga, ich hab den alle beiden Runden hintereinander abgeholt. Lade nach. Lade nach. Warte ich doch mal kurz vor. Drohne aktiviert. Wenn er jetzt noch einmal gepeatet ist, wär der dingste Mensch auf der Welt. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Also du. Lade nach. Ja. Dock. Lade nach. Beim Ping! Beim Ping! Beim Ping! Beim Ping! Beim Ping! Beim Ping! Ab. Ey! Ich wurde mit der Legion trap. Ne. Band homemadegew Napster. Haben seine Legion muitos ins הס. Ich wüsste selber, nicht links. irgendwo da einer vom eigenen druck verbleibt ich weiß nicht ich glaube irgendwie was die kanzlein er ist glaube ich nicht da kommt ja jetzt macht er mal kitzel sein scheiß leben Dicker Bock, was war dir verkehrt? I'm sorry! Mann, ich hab keinen Blick rollt Ich will auch für die MP5 BlackEyes haben Ich will für die Karabiner BlackEyes haben Hehehehe Das weiß es selber Das weiß jeder Das weiß jeder Das will jeder haben, glaube ich Walla, wir haben heute einen Kupferspieler getroffen Wenn er nur eins hat, nur eins hat, der hat den BlackEyes Wie geil, wie die schöne Karabiner, ey Ich würde, wenn ich könnte, mein S BlackEyes sehen Das heißt, jeder BlackEyes Ja, wow, hab ich auch und Das ist ein finanzierter Einsatzplan Alter, die Ash BlackEyes ist ganz besonderlich Das ist auch immer wegen der Granaten Jäger BlackEyes ist besonders Ja Könnt ihr mal im Raum verstärken? Die Verstärkungen sind angebracht Es bleiben noch 10 Sekunden Der Zerstörsender ist 5 Sekunden Ich beziele ein AVS Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht finden Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter enthält Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter enthält Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter enthält Ich muss ja mit Liebe-Bahn Ich muss ja mit Liebe-Bahn Petra down Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst Ich bin ja nah penetriert, ey Ich bleib mit dem Traint und hab so viel gehalten. Und meine Leben brauchen. Ich weiß Bescheid. Wer hat noch kein Kämpfer? Nein, ich hab nicht. Ich weiß nicht, ob hier einer ist. Balkon von Cafeteria, glaub ich. Blitz ist über mir. Beim Ping. Paul, pass auf, rechts in dem Raum. Hier, die haben auch einen Monty in dem Blick. Sitzt bei mir! Ja, natürlich weiß er! Hier ist jemand. Eine Minute, bleibt safe im Raum bitte. Das gilt für beide Parteien. Acht Euro, Twitch ist down. Da ist noch! Schieß doch! Rechts, die ist in der Mitte, da drinnen, in der links! Boris, nein! Boris, nein! Die ist One-Shot. Der hat so verähmt, der liegt. Ein Gegner verbleibt. Nein, ich hab... Auf ihn schärfen hab ich auch versucht zu schießen. Ich hab... Ach! Die war direkt vor mir. Da ist Notational und Clamer. Pass auf. Bleib safe, bleib safe. Aim auf Tür. Wir gehen einfach in die Ecke und aim rechts. Window, 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 window! Kann nur reinhalten, da ist die Falle. Leg doch auf! Tür! Leg dich hin und... Die kann dich doch pre-fire, ne? Schieß doch! Was ist doch dein Scheißernst? Ey, Digga, wenn wir jetzt schon mehr fahren, dann fick ich dich an alle! Verkehrt, ohne Witz! Was macht ihr alle überhaupt? Was machst du denn noch mehr? Du hast doch keinen Bock mehr, ne! Ich hab doch keinen Bock mehr, ne! Na, toll, macht ihr mich. jetzt will ich aber auch mal was von euch sehen ich will gewinnen nicht verlieren ohne witz ist das jetzt bei jedem angekommen gut drogen nicht warte ich gehe nach der schütte gut gemacht bio gefahrbuch gehälter lokalisiert 10 sekunden bis zum einsatz boris kommen mit mir weiter zum standort des bio gefahrgut behälter ja ich habe hier ja ich habe hier hoch zu schließen ich mach den nebenraum hier beim ping auf Achtung ich schmeiß fläschneid rein ich drohne ich drohne ich weiß da ist blitz ey die ganze zeit unmöglich schon da gestorben ey frost schlöp ne ja nicht das ich bin nach ich gering mit sicherungs des fortfahren sobald die betrunken nur noch ein gegner übrig so zwei und drei in zeitkleber das heißt ich hole noch irgendwer und alle anderen bleiben und alle anderen bleiben im zeit dass wir gewinnen dieses mal dankeschön ihr müsst auch einen gefeind tun brief feiern wenn es wird 10 Sekunden such dir aus also alle kämpfler schnell nehmen ich gehe wieder hin kapitel ja würde ich sagen zwei wände beim pingen noch zwei wände beim pingen zwei wände beim pingen ich habe keine mehr Ich hab nur noch 5 Minuten. Ich hab nur noch 5 Minuten. Ah, hier ist Wasser. Nur weg. Nur wo du gerät. 15 Minuten Fahrgutverhältnis auf jeden Fall. Ja, die macht faul, glaube ich. Einer Main-Interance gespawnt. Legere, komm ins Mattaus. Was für Stärkungen wird angebracht? Komm, die kommen Main! So, mach mal dazu, bitte. Hast du den Herzen? Rausgold. So, ich bleib hier in der Ecke. Pass auf, das heißt nicht, Mann. Du wirst entdeckt. Was zur Hölle, warum stoppt der nicht? Na genau, ist er. Geh rein, oh scheiße. Alle anderen inside bleiben, safe bleiben, fertig. Ich bleib safe. App! Halt nicht mal in der Ecke. Fuse, Capitao und... Twitch war das, ne? Nein. Capitao immer noch bei Bahn. Doka Ebi, Capitao und Fuse. Fuse! Oh, links. Links und wir. Ja, Niklas. Fuse. Hallway, Capitao. Hat noch einen Brandfall? Ey, Frost zollte da nicht ans Fenster, aber sie hat ein Schotter. Oder nein? Es ist scheißegal, es ist scheißegal. Doka Ebi im Toro her, dass sie mit rauspickt. Die kommen. Warte! Nein! Ja warte, wenn sie reinhüpfen, fallen sie mit vor. Piekt da, piekt da! Ich sitze im anderen Raum. Doch, heil dich! Doch, heil dich! Hallway! 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 Hallway und Windu! Paul Windu! Paul Windu! Paul Windu! Oh, sieh im Toilette hier! Seid so geflaggt! Ey, du musst dich jetzt picken hier an die Klasse! Ja. Wie schön. Wie schön, man. Windu! Windu und Dings! Windu! Windu! Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut Behälter. Rechts! Warte! Warte! Ausruf! Ausruf! Mann! Ich hab schon wieder keinen Bock mehr! Boah! Das ist was verkehrt! Janiklas! Was ist verkehrt? Deger, wenn wir das verlieren, ne? Ich geh für immer offline aus Season Game. Nur wegen euch. Ich hab' den mal mal auf euch. Boah! Du kommst wieder mit! Ja, ich bin später der Kompensator! Boah! 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 Die Banner und Ash gehen nach oben, machen Dropper auf. Die Banner und Ash gehen von unten und Jakar kann sich auch aufrufen. Ash, kommst du? Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Oben ist einer. Oben ist die Gegner. Ich geh rein, weil ich wusste, dass er ein Bart ist. Okay, ich fick eure Eier. Mann, Blitzmain ist da. Soll ich noch Monty nehmen? Können wir. Monty und... Oh Mann. Also ich will jetzt mitroamen. Dank wir drei. Aber dieses Mal mit einem Firmgewehr. Ich dachte ja auch so, was du spielst. Mit der Schwurführer bin ich gut dran, also. Solange du killst, mach es alles als killen. Kann jemand Kessel nehmen? Kessel? Kessel? Naja, ich kann mit der OMP nicht wählen. Das ging auch gerade an Platin-Niveau und Kupfer-Niveau. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Den Raum sichern. HV ist platziert und einsatzbereit. Boris! 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 Du verstellst eine Wand unten und machst den Tropper. Okay, Boris. Die Wand wurde gesichert! Acht Euro, sie haben wieder Fuse. Boris, kannst du oben beim Drop aufpassen? Das ist beim Hatchen nicht eigentlich. Klebe die Mine fest. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Also, ich hab... Kann ja sein, dass du... Ja, ich hab gute Elter-Meter. Ich habe ein neues Magazin! Haupteingang 3 und 2 bis 3. Ja, im Raum verstärken. Blitz, haben sie Blitz? Ja, meint 20. Ich hab's frei auf der Seite. Wer denn da reingeht, ist er meine Falle, Alter. Ich verlasse mich ziemlich auf. Angerotts in die Füße, 2 bis 3 mal. Wo? Lade neues Magazin. Bei Boris von dem Münder. Also, haben wir hier oben wo nicht gespottet? Ja, da! Ah, da! Einer ist links am Fenster. Hier hinter dem Wand am Fenster ist einer. Da ist irgendwas, da hat mir doch was gehört. Soll ich's morgen? Wir sind da! Ech, Bus von hinten bei Wartezimmer Club? Was? Ja. Buck ist oben. ich habe mich auf back konzentriert da hatte ich nur noch zwei kugeln und dann kamen ein paar andere erst flitz kommt bei mir glaube ich schieß doch durch hier an die klatsch rechts ich habe ich hab doch abgedrückt, scheiße, sie ist auch nach oben ich vertraue gerade auf eure fetten eier was machst du da? Paul! Paul schießt rechts durch letzter Schießt rechts, schießt rechts! meine güte, das war mal ne schwere geburt ich habe ich habe ich habe von den ein typen wird das ding ja guck dir an der ist gold 1 die wurden gerade anal penetriert sucht bitte weiter janik die an den klassen uns an die mieter abgibt sie verlässt du warum 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 weil ich jetzt noch zwei was bringt wir das sind fünf mal sind wir sind fünf mal sind wir können dich hoch bringen wir können dich ja versuchen heute auch selber zu bekommen ich mache aber das war schon gerade sehr knapp ja und wir schaffen das trotzdem wir schauen das easy äh Paul bist du immer noch Golfi? äh ok ich bin silber 3 jetzt er kann mich dann hier mit einladen ne du musst uns wieder einladen äh warte Latur einfach an Latur einladen ich hat einen nein der leg rein ja kannst du nicht sagen ja kannst du aber das ist nicht schlimm aber ah da muss ja auch reinkommen ja wir kommen doch gerade beruhigt die Schilder hey Thorben wo brauchst du bevor er startet warte mal kurz kannst starten kannst starten das war's für den Video heute rein tschüss hehehe